Jetzt ist an diesen drei Spielen so ein Tag, aber ich könnte beruhigen mit der Mitte, nach dieser Partie hier gar nichts zu tun. Nach dem Mannschaft hier gestern ist Mert da unten richtig unter Druck. Und für Mainz geht's, ich glaube, da sind sogar ein paar Bayern-Festoren, die sagen, also wir können das Bayern-Fest und werden leisterlich auf die Spannung, bis zum Schluss, das hätte man was.